Vierte Paralympics-Medaille d-online.de zeigt die Gold-Medaillengewinner Die vierte Medaille, das zweite Gold, die deutsche Fahnenträgerin Andrea Eskau hat bei den Paralympics das Baselan-Rennen über 12,5 Kilometer gewonnen. Mit ihrer vierten Medaille ist Andrea Eskau zwei Tage vor dem Ende der Paralympics in Pyeongchang zur aktuell erfolgreichsten deutschen Athletin der Spiele aufgestiegen. Die 46-jährige Magdeburgerin hatte zuvor schon Gold über 10 Kilometer im Weißland, sowie Silber im Langlauf-Sprint und im Langlauf über 12 Kilometer gewonnen. Insgesamt hat Eskau, die im Sommer mit dem Handbike startet, bei sechs Paralympics nun 13 Medaillen geholt, davon acht Goldene. Ich kann das im Moment noch gar nicht realisieren. Dafür muss ich erstmal heimkommen, sagte Eskau, die in allen vier Schießen ohne Fehler blieb. Außerdem muss ich ja die Spannung hochhalten, es kommen noch zwei Wettkämpfe. Aber ich bin super stolz, dass ich das geschafft habe mit dem Nullschießen. Anja Wicker ist in Südkorea der Wahl weiter ohne Medaille. Die Stuttgartrin, die 2014 über 10 Kilometer im Weißland Gold geholt hatte, wurde am Freitag nach drei Vilschüssen neunte.